Martin, komm mal her. Du siehst ja sehr, sehr sportlich aus. Was hast du denn alles druntergezogen? Hast du Skiausrestaurant mit druntergezogen oder was? Aber ich habe keinen Sackschutz. Nicht in die Eier, bitte. Das macht nix, ist ja eh nix da. Ja, stimmt. Holz geht. So, pass auf. Kleines Rappelding, dass du ein bisschen rappeln kannst, dass du weißt, wo du stehst. Nicht, dass der am Opfer vorbei rennt, weil der sucht nämlich normal nur Täter. Oder Gegner, besser gesagt. Ich würde sagen, let's go. Ich weiß noch, ob du sagst. Fest. Folgen. Fest. Bist du bereit, Papin? Bist du bereit? Ich glaube, ich ja. Das ist so. Fest. Bist du bereit, Martin? So. So. Wow. Ordentlich. Folgen. Das war lieb. Der hat echt nur die Hose gebissen. Der ist am Ende, hat immer kurz das Bein ein bisschen Gut, machen wir gleich noch mal. Hast du noch ein zweites Fall? Okay. Du musst dich noch ein bisschen mehr bewegen. Folgen. Du hast dich richtig gut gemacht. Komm mal zu dir. Ja, komm mal zu mir. Folgen. Nimm das Ding weg. Assi, Rest. Tja, da würde ich sagen, hast dich gar nicht so schlecht geschlagen, ne? Ja. Gib mir mal das Rappel-Ding, wenn du auf dumme Gedanken kommst damit und es mit einnimmst. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Danke. Ich freue mich auf die nächsten Videos, die wir wieder zusammen produzieren werden. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuschauer. Teilt den Kanal, liked den Kanal von der EP-Group, von mir, von TechDocSport. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Martin. Macht's gut. Bye-bye. Ciao.